Hier in die Finger. Kostet zwar natürlich, aber das Geld wird am einfachsten, wenn ihr den Bödel nicht mehr in die Strasse geht. Die bekannte Geschichten sehen wir in der Nummer 33. Aber man muss die Ecke von der Böse jetzt schon feststellen. Heute nehmen wir das Prübel-Ecke von C.C. und Christian Constantin auf dem Ort Ringer. Die Nummer 33. Die Ecke von der Böse. Zalabra! 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 Musik